Jette, ich habe Tinder gelöscht. Überraschung, Surprise, Surprise. Für dich jetzt vielleicht nicht. Für mich nicht, aber für die kleinen Blitze da draußen. Kannst du nicht wenigstens tun? So nach Motto so, oh mein Gott, erzähl mir das. Geistesblitz, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Geistesblitz, der Podcast. Mein Name ist Jenny. Und ich bin Jette und einen Donnern Applaus. Applaus für das heutige Thema. Und zwar reden wir heute darüber, wie es ist, wenn Liebe wie ein Blitz einschlägt. Denn es ist passiert. Es ist passiert, Leute. Also ihr verfolgt das ganze Dilemma auch schon seit Jahren mit. Nämlich Jennys Dating Life. Ja. Und du bist schon so weit, dass du darüber hier reden möchtest? Ja. Süß. Also weil ich glaube, wenn es frisch ist, ist es noch am schönsten. Und dann kann ich mir irgendwann diese Folge anhören und sagen, oh, das war süß. Und er darf sie auf jeden Fall nicht hören. Er kriegt Verbot. Ich glaube, er hört den Podcast eh noch nicht. Sehr gut. Also nicht gut. Also nicht gut, aber gut. Und von daher, irgendwann darf er die Folge dann hören. Und wenn er den Podcast mal hören will, dann will ich sagen, hey, kannst du machen, aber bitte nicht die Folge. Nicht genau diese, okay. Dann will genau die hören. Aber ist okay. Ja, ihr wisst Bescheid. Wir waren diese Woche quasi eine Woche ein bisschen too late. Also ihr wart jetzt eine Woche länger als geplant ohne uns. Und auch heute war, ich sag's wie es ist, kleiner Struggle. Das ist eine teure Folge. Die Produktionskosten sind höher als sonst. Ich bin nicht mit der Bahn hierher gefahren, sondern heute mit dem Auto. Und ich habe schon, ich glaube, nach fünf Minuten meinen Strafzettel am Auto gehabt. Das war wirklich so. Jenny war so, guck mal bitte, ob ich einen Strafzettel bekommen habe. Und ich sehe so diesen Strafzettel. Und du musst erst mal voll so lachen. Voll assi, ey. Wieso musst du lachen, wenn mir was Schlechtes passiert? Nein, aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Also Jenny stand da auch in der zwei Stunden oder so. Nicht mal, nicht mal. Und dann sind sie schon gekommen und haben Jenny direkt abkassiert. Und ich sag zu Jette, und dann kommt Jette so mega grinsend hoch. Und ich wusste schon so, oh nein. Das heißt nichts Gutes. Das wird teuer. Aber ich finde, vier Euro für eine Stunde ist auch nicht okay. Ja genau, es lohnt sich ja quasi. Also es lohnt sich halt echt. Das ist eigentlich eine Win-Situation für mich. Sehr gut, ich freue mich für dich. Das ist eine Win-Situation. Und somit wünschen wir euch erstmal auch ein frohes Neues. Ja, frohes Neues. Darf man auch so sagen, bis wann darf man? Nee, ich finde eigentlich so bis zum Dritten. Ich finde ja, in der ersten Woche würde ich sagen. Ja. Darf man noch sagen. Sind wir schon drüber hinaus. Sind wir drüber. Aber trotzdem, weil ihr natürlich special in unserem Herzen seid, wollen wir euch natürlich nochmal persönlich ein frohes neues Jahr wünschen. Na klar. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit, auch wenn es ohne uns war. Das stimmt ja gar nicht. Es kam am zweiten Weihnachtstag noch eine Folge raus. Ich fühl mich so, als hätten wir eh nicht gekonnt. Wir haben ja die Doppelfolge Anfang Dezember aufgenommen. Ja, stimmt. Und jetzt sind wir hier in alter Frische. Und für alle, die uns sehen, wir sind auch farblich wieder in Geistesblitzblau hier in unserem Studio, werden wir schon angesprochen. Dann ist es wieder Geistesblitzzeit. Und ja, es ist. Es ist es. Es ist es. Wir wollen heute wie ein bisschen, wie du schon gesagt hast, oh mein Gott. Du bist ja ganz aufgeregt, Jenny. Also, also. Hast du Fragen? Ich habe so viele Fragen. Ich habe ja da extra noch nicht so sonderlich viel erzählt, damit du jetzt hier im Podcast alle Fragen, die dir auf der Seele brennen, stellen kannst. Also, du sagst, du hast Tinder gelöscht, bedeutet ja, du hast eine Bekanntschaft gemacht. Ja. Also, ich habe nicht nur Tinder gelöscht, ich habe auch Bumble, Hinge und Raya gelöscht. Ja. Also, aufgrund einer Person. Ja. Und also diesmal nicht gelöscht, weil ich genervt bin und sage, nee, wieder, ich habe keinen Bock mehr draus, sondern. Das haben wir auch schon erfahren. Ja. Und das Witzige ist, ich kann es dir auch schon sagen, weil ich es ihm auch schon gesagt habe, ich hatte gar keinen Bock auf dieses Date. Null. Ich war vorher noch in der Hundeschule, null fertig gemacht, so meinen Riesenmantel an mit tausend Flecken. Es hat geregnet und ich war noch so, also, wollen wir uns denn wirklich treffen? Weil es regnet ja. Und er meinte, hey, ja, überhaupt gar kein Ding, so, sonst gehen wir was essen. Und ich war so, ja, na klar, dann lass uns was essen gehen. Weil Plan war eigentlich Blühwein trinken gehen. Und wir alle wissen, wie gerne ich Blühwein trinke. Ich habe alle Kies. Dazu könnt ihr euch gerne mal die Folge zum Thema Alkohol anhören. Und ich war so, naja, gut, er kommt nachher im Sohn, wenig Aufwand für mich, gehe ich halt kurz hin. Gehe ich einfach mal hin. Pin hat noch kurz zu meinen Eltern gebracht und dann gedacht, ja, hin da, zurück da. Und Jette, no joke, no joke, weil ich habe ihn gesehen und er ist aus dem Auto ausgestiegen und mein erster, erster Gedanke oder mein erster Impuls war, ja. Das ist so süß. Oh Gott. Ich habe mich heute auch mit Danilo zum Mittagessen verabredet und er meinte so, na, sind wir gerade wieder 17 oder? Aber genau das ist doch das Schönste und man sagt ja auch immer, Liebe kommt, wenn man es am wenigsten erwartet. Ich habe es gar nicht erwartet. Ja, guck. Und dann ist es, ja, es war, also wir haben auch gestern gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen Bilderbuch-Kennenlernphase gerade. Ja, und ich glaube, am Anfang fühlt es sich oft so ein bisschen an wie in dem Film. Wenn ich so zurückdenke an meine Anfangszeit mit meinem Freund, dann ist es auch echt wie in so einem Movie. Ja, hat sich das auch gut angefühlt? Ja, ja, safe. Das war wie im Film. Weil man hat ja auch schon Kennenlernphasen, oder ich hatte schon Kennenlernphasen, wo ich dachte, ja, da gucken wir mal, wie sich das entwickelt und da hat sich nichts entwickelt. Ja, ja. Also ich glaube, es muss dieses, also es ist vielleicht auch ein bisschen hohe Erwartungshaltung und ich habe mir auch immer eingeredet, nee, muss nicht sein, muss nicht sein, aber irgendwie denke ich mir doch, muss sein, muss dieses klare, ja, muss sein und es entscheidet sich innerhalb von Sekunden. Man sagt ja auch, dass man diese Entscheidung innerhalb von den ersten Millisekunden oder sowas trifft, ob jemand einem sympathisch ist oder ob man sich da irgendwas vorstellen kann, ob da was in der Luft liegt. Er meinte, er hat genau dasselbe gedacht. Süß. Und das war schon süß. Dann denkt man sich, oder nee, ich habe dann gesagt, naja, noch nicht. So, weißt du? Ja. Aber ich habe mich schon mega gefreut und dachte, wir werden schon als Paar gehalten, obwohl wir uns zwei Minuten kennen. Und ihr habt euch dann ein paar Mal noch gesehen, vermute ich. Ganz richtig, oder andere. Also, ja, wir haben uns dann nach Weihnachten das zweite Mal getroffen und das war auch ganz schön. Ich wäre jetzt einfach so ein Macher, weißt du? Ja, lieben wir. Er beschließt so, hier, Option 1, Option 2, das und das können wir machen, was willst du machen, sage ich das. Okay, ich hole dich um 15 Uhr ab. Ja, lieben wir. Das ist das, was wir wollen. Das ist so ein richtiger Gentleman. Das ist das, was Frauen wollen. Wirklich. Alle Männer darüber. Echt. Einer, der so die Züge in die Hand nimmt und klar, also, weil vorher war das immer so, habe ich ja irgendwie immer alles so gemacht und gemanagt und getan und so. Ja. Einfach irgendwie so in die feminine Energie zu gehen und einfach zu empfangen und zu sagen, okay, er macht das geil, er kümmert sich und er ist irgendwie involviert und investiert und das war für mich so eine neue Erfahrung, dass ich dachte, krass, vorher einfach per Minimum, so, nee, das war, ja, das hat mich richtig beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er so, und dann, das war auch beim zweiten Date, waren wir halt dann nach, wir waren vorher im Tropen-Aquarium und dann waren wir abends was essen und er meinte auch so, offensiv, du gar nicht, null. Also so, das Einzige, was ich wusste, was du willst, ist, ich wusste, dass du mich wiedersehen willst, aber ich wusste nicht, ob du mich magst oder dich sympathisch findest und so. Ich bin dann, glaube ich, schon so, nein, also keine Ahnung, aber ich bin halt dann nicht so. Echt, das ist voll lustig, weil, also du bist eigentlich eher, also ich finde, dir sieht man deine Emotionen schon an, irgendwie so. Nicht, wenn ich date. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Nee, wusste ich auch nicht, dass man das nicht sieht. Also er meinte halt null, offensiv und so, und dann hat er beim zweiten Date, nachdem wir aus dem Restaurant rausgegangen sind, einfach meine Hand genommen. Das ist so süß. Einfach genommen. Macher wieder. Einfach wieder, Macher. Und habe ich auch gesagt, und das ist so ein bisschen, klar, Liebe auf den ersten Blick, bla bla bla, aber auch irgendwie so, Liebe auf die erste Berührung. Wobei Liebe, großes Wort, ne? Also wenn du das jetzt hörst und ich hier von Liebe rede, denke ich, da wahrscheinlich Hilfe. Oh Gott, run. Scheiße, wer ist das denn? Nächste Folge wieder. Es ist vorbei. Es ging ihm alles zu schnell. Nein, also diese Berührung hat in meinem Körper so krass was ausgelöst. Ich hatte solche Schmetterlinge und war so. Oh mein Gott, was hat ein Händchen? Das ist für mich, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, schon eigentlich intimer als ein Kuss. Weil ich habe mehr Menschen geküsst, als ich mit Menschen Händchen gehalten habe, so auf ernst. Weißt du, das ist vielleicht ein bisschen eklig und ein bisschen weird, das jetzt so erzählen. Ja, aber das wollen die Hörer hören. Ich hatte in der Anfangsphase, fand ich das toll, wenn ich so auf Alex Brust gelegen habe und sein Atem. Und angesappert habe. Nein, wenn ich so sein Atem gespürt habe. Gerochen hört sich weird an. Aber wenn man irgendwie so. Ganz nah. Ja, das fand ich irgendwie schön. Und ich fand dieses Händchenhalten ganz schön und war so, das muss ich erstmal verdauen. Dass hier einfach ein Mann mitten in der Öffentlichkeit meine Hand nimmt und wir so Händchenhalten durch die Stadt spazieren. Ja. Und dann im Auto hat er auch meine Hand genommen. Und dann hätte man sich auch, glaube ich, im Auto küssen können. Aber ich fand so, oh Gott, ich muss das erstmal hier so schnell. Ich muss das alles sacken lassen. Und dann drittes Date. Schönstes Date meines Lebens. Oh mein Gott. Nein, die anderen Dates waren auch schon richtig schön. Aber das war Neujahr. Ja. Und ich bin zu ihm gefahren. Dann haben wir, boah, voll privat eigentlich, oder? Wie du willst? Ja, ich erzähle keine intimen Details. Aber nein, ich bin zu ihm gefahren. Und dann haben wir gefrühstückt. Und sind dann nach Timmdorf gegangen zum Spazieren. Und wir sind echt gefühlt ewig lang da spazieren gewesen. Die ganze Zeit haben wir unsere Hände gehalten. Das war schon, ihr wisst, ich bin leicht zu beeindrucken. Das hat mich sehr beeindruckt. Und so nehmen die Namen, die Love Story ihren Lauf. Und sie läuft immer noch. Sie läuft immer noch. Wir waren schon zusammen. Ja, wir haben schon so super viele Sachen zusammen gemacht. Und das ist richtig toll. Ich bin ganz, ganz süß. Ganz, ganz happy. Und ich kenne es gar nicht. Ich kenne es gar nicht, happy zu sein. Nein, doch happy zu sein schon. Aber ich kenne es gar nicht, wie das ist, wenn es so funktioniert. Ja, und vor allen Dingen auch, wenn man das Gefühl hat, dass beide Seiten gleich viel investieren. Ja. Das ist ja vor allen Dingen das, was so schön ist und was es so besonders macht. Und es gibt einem halt auch so eine extreme Sicherheit. Also es war von Anfang an irgendwie, also klar, beim ersten Date ist man sich nicht so sicher. Da kam dann auch erstmal nichts. Und ich war eigentlich, ich war während des Dates und danach war ich so, klar, den will ich unbedingt wieder sehen. Ja. Und dann sitzt du da zu Hause und denkst so, nee, immer noch nicht. Und wir hatten halt vorher immer nur über Bumble geschrieben, also wir hatten eine Nummer noch nicht ausgetauscht. Ja. Alter, nee, dann vielleicht fand das kacke und ghostet mich jetzt. Und auch ein smarter Weg, einfach seine Nummer nicht rauszugeben, damit man danach easy ghosten kann. Klar. Und dann kam aber irgendwann die Nachricht und meinte, hey, ich würde dich gerne wiedersehen, Handy Nummer hier. Und dann hat sie mir gesagt, das hat er mit Absicht gemacht. Also so gewartet. Er meinte, er wusste sofort. Ja, ja, er meinte, er wusste sofort, aber wollte mir nicht so direkt. Ja. So. Ich sage immer, es ist ein Geben und Geben. Ja. Ja, finde ich gut. Und bei anderen Dates war immer so, oh, war so eine Unsicherheit da. Und dann, okay, man sieht sich nochmal wieder. Ja, ja. Dann hat man das zweite Date. Und wusste beim zweiten Date nicht, oh, sieht man sich noch ein drittes Mal. Ja, ja, ja. Und irgendwie war das bei uns von vornherein klar, also, ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, aber für mich war vom ersten Date an klar, den will ich wiedersehen. Und es gab nicht einen Zweifel bisher, okay, ich meine, wir kennen uns in zwei Wochen oder drei, aber so, es war für mich nicht eine Sekunde so, dass ich dachte, ja, vielleicht ist das nicht oder vielleicht ist das irgendwie komisch oder gar nicht, sondern im Gegenteil. Und du bist ja auch gerne mal so eine, die dann sagt, nee, seine Stimme ist mir zu hoch, nee, seine Haare sind mir zu lang, seine Haare sind mir zu kurz, nee, eher komische Nase. Gar nichts jetzt, oh. Nichts. Ich finde den von vorne bis hinten, von uns unten einfach toll. Ja, nee, und das ist auch ein Merkmal. Oh, echt? Und zwar, Anzeichen, dass man eine rosarote Brille auf hat, wollte ich mal kurz mit euch teilen, ihr Süßen. Und zwar, man findet seine Macken süß. Er hat keine Macken. Hat er nicht. Es gibt keinen Konflikt. Nee. Man hat... Oh, weißt du noch diesen einen, mit dem ich so lange geschrieben habe, wo ich dachte, nee, den will ich gar nicht treffen, weil... Ja, ja, ja. Alles so... Nur Konflikte auch. Nur Konflikte. So, schon Match-Konflikt. Ein Konflikt nach dem nächsten. Ich war dann so, wenn das jetzt schon so Konfliktpotenzial ist, da haben wir uns doch schon gestritten über WhatsApp und so. Wie dumm. Das ist dumm. Das ist dumm. Ja. Nee. Dass man alles toll findet, was der andere tut. Eine Lust aufeinander. Und Ersättlichkeit. Meine Eltern hören diesen Podcast. Sorry, an den jemals Eltern. Und man möchte jede freie Minute zusammen verbringen. Ja, wirklich. Ich möchte wirklich... Der Podcast bleibt. Keine Sorge. Aber, ja, es ist passiert. Schön. Ich freue mich wirklich von Herzen. Das ist so süß. Wirklich. Von Herzen. Jenny. Ey, nee, wo du gerade schon über rosa-rote Brille gesprochen hast. Willst du wissen, wo die Redewendung herkommt? Ich kann es mir denken. Na? Also, ich habe auch gegoogelt, beziehungsweise das ist das, was ich mir auch denken konnte, so ein bisschen. Ja. Weil, also, rosa-rote Brille heißt wohl, dass man die Welt durch ein warmes, sanftes Licht sieht und dadurch alles positiv und schöner. Absolut korrekt. Ja. 100 Punkte. Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Fand ich... Weil wir wollten unsere Folge nämlich erst rosa-rote Brille nennen. Aber wir dachten dann, die Redewendung... Wenn Liebe wieder Blitz einschlägt. Ist irgendwie noch geiler. ...passt zum Thema. Und ich habe gegoogelt, rosa-rote Brille. Weißt du, was mir angezeigt wurde? Ein Brillenladen für Damenbrillen in meiner Hometown. Die heißt rosa-rote Brille. Dieses Geschäft. Dieser Laden. Wusste ich, oder? Ja. Wusste ich. Was schätzt du, wie viel Küsse küsst ein Mensch in seinem Leben? Boah. Eine Million. Hunderttausend. Das ist wenig. 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 Die haben wir jetzt schon voll. Wenig. Haben wir schon. Also. Und der längste Kuss dauert übrigens... Was schätzt du, wie lang? Einen Tag. 31 fucking Stunden. Wer küsst sich denn 31... Haben die zwischendrin gegessen? Ja, das ist dann so ein Rekordding halt. Dann sind die... Ja, können sie ja nichts. Sie können ja nicht gegessen haben, nicht getrunken haben. Eigentlich, beziehungsweise doch auf die Schlätte geht. Zusammen so aneinander hängt. Ja. Wer hat das gemessen? Also stand dann einer daneben in der Stoppuhr? Oder kann ich jetzt auch einfach sagen, ah, wir haben es getoppt? Naja, das musst du wahrscheinlich schon irgendwie... Dokumentieren. Dokumentieren, ja. Live-Stream. Wir können jetzt... Wenn du dann ein kleines Buch... Ey, dafür gibt es doch sogar Geld, oder nicht? Das weiß ich nicht genau. Lass mal so einen Weltrekord ausdenken. Ja, oder an den Toppen einfach. Ja. 32 Stunden kriegen wir hin. Easy. Also nicht wir, sondern... Wir könnten so den längsten Podcast der Welt machen. Oder machen wir so einen Live-Podcast, der so zwei Tage oder so... Ja, ich wollte drei Wochen. Drei Wochen oder zwei Tage, da informieren wir uns nochmal, wie lange wir das machen müssen. Finde ich super. Und wusstest du, dass wenn man sich so spiegelt und so synchronisiert, dass das ein gutes Zeichen ist? Ja, ja. Das sagt man ja immer, dass man das machen soll. Also wir gehen immer zur selben... Also gähnen immer zur selben Zeit. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hat er auch gesagt. Ich wusste es nicht. Er liegt im Bett und gähnt und ich habe mitgegehnt. Ja. Musstest du gerade nicht... Mag ich nicht. Ich habe es gerade probiert, okay. Der springt nicht auf mich an. Und so, ja, dann sagt er so, wenn man sich riechen mag und schmecken mag und das Herz im selben Takt schlägt... Ich weiß jetzt nicht, ob unsere Herzen im selben Takt schlagen, aber wir haben 84% unserer Spotify-Musik trifft überein. Das ist viel. Das ist vor allen Dingen krank, weil du kennst meinen Musikgeschmack. Ja, ja. Er ist auch ein bisschen so überall. Seiner anscheinend auch. Das ist ja wild. Ja, 84%. Das wäre bei mir nicht so hundertprohnisch. Nee, nee. Ich glaube, das ist bei mir bei keinem so. Also ich höre ja von Lea bis Deutschrap bis Musical. Ja, ja. Alles so ein bisschen, ne? Ja. Und fand ich sehr spannend. Das verbindet uns. Wir sitzen dann zusammen im Auto und hören Musik und ich freue mich einfach des Lebens. Süß. Ich kann mich einfach richtig freuen. Und das ist einfach... Ich hätte jetzt damit auch so spontan gar nicht mehr gerechnet. Ich war jetzt fein mit dem Singling. Ich war jetzt eigentlich so, ich dachte, arrangiert mit damit. Echt? Na, aber du hast es schon gehofft. Ja, irgendwie schon. Sind wir mal ehrlich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, man betrügt und belügt sich ja auch so ein bisschen selber, ne? Ja, klar. Man denkt sich so... Okay, nein, das ist jetzt auch kacke für alle Singles. Aber man denkt sich schon, Leben alleine läuft. Es bringt Spaß. Ich reise gern alleine. Leben alleine ist einfach geil. Leben alleine ist okay. Es ist okay. Man kann das Beste daraus machen. Aber zu zweit ist schon massiv geil. Irgendwie. Muss ich sagen. Ich hatte jetzt ja den Vergleich. Und? Aber ich habe auch den Vergleich so zwischen so Leuten, wo es nicht so... Wo du gerne Zeit miteinander verbringst, aber jetzt nicht so 100% das passt. Und wenn es halt matcht. Und das möchte ich... Also, du weißt es nicht, bevor du es weißt. Ja. Hundertpro, ja. Habe ich auch so gedacht, ich wusste es halt nicht besser, dass das, was man vorher hatte, halt nicht das ist, was man eigentlich, was richtig ist. Und hast du auch so Sachen bemerkt, wo du gar nicht wusstest, dass sie dir wichtig sind? Weil das hat dich auch ganz krass gemacht. Ja, genau. Zum Beispiel dieses, ich hole dich ab. Mhm. Oder ich kümmere mich drum und... Ey, er ist so aufmerksam. So ein Gentleman. Also bei so vielen Sachen, wo ich denke, hä, das ist so... Süß. So aufmerksam. Also hat sich das mal angelot. Ey. Worth the wait. Kommt Zeit, kommt Rat, würde ich sagen. Kommt Zeit, kommt Rat. Ganz genau, liebe Jette. Also, ähm... Ich fange an mit meinem Geistesblitz. Gerne. Und ich fand es schwer. Ja. Du auch? Ja. Aber ich habe doch zwei gefunden. Oh geil, dann kannst du zwei machen, weil meiner ist richtig bad. Okay. Okay. Agape. Ich habe das Gleiche. Nicht dein Ernst? Du kannst ja nicht dasselbe haben. Dann mache ich das andere. Wieso hast du auch Agape? Agape ist... Ja, Agape Bauer. Ich wusste nicht, ob man Agape sagt oder Agape. Nee, Agape hätte dann eine Sainte de Gue. Agape. 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 Liebe ohne egoistische Motive oder Bedingungen. Das ist die uneigennützigste und bedingungsloseste Liebe. Und das ist ja eigentlich das, was man will. Weil, also, wir Menschen. Wir sind ja so gestrickt, dass wir, egal welchen Rat wir geben, so ist es ja häufig, egal ob an Freunde oder an den Partner oder egal welches Gespräch wir führen, hat man ja oft, meistens unterbewusst, aber ja irgendwie so diesen Gedanken, man gibt dieser Person zwar einen Rat, aber auf der Basis meiner Erlebnisse, auf der Basis meiner Erfahrungen, auf meiner Gefühle. Und das ist voll krass, weil man muss sich voll anstrengend, so neutral wie möglich zu sein und zu versuchen, seitdem mir das bewusst ist, versuche ich, wenn ich mit Freunden oder meinen Partner spreche, zu versuchen, mich nur auf diese Person zu fokussieren und was ist das Beste für diese Person, weißt du? Was ist das Beste für mich oder geh mal nicht ins Ausland, weil dann bin ich allein oder so, weißt du? Ja, 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 klar. Ein auf den, ein auf das. Ein auf das. Aber ich finde, du bist ein guter Ratgeber. Danke. Du bist eine wirklich oder gute Ratgeberin. Danke. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit Jette quatsche und, also, dich nach einem Rat frage, ich kann mit dir hier persönlich zählen, dass ich lieber, du hast immer guten Input und dann denke ich, Mensch, die ist so jung und hat schon so weise Worte und es macht mir so viel weiter im Kopf als ich. Oh, süß, danke. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich, da kann sich auch jeder an die eigene Nase fassen und auch ich immer noch, dass man wirklich versucht, irgendwie seine eigenen Empfindungen oder seine eigenen, ich habe schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht, deswegen sind alle ihre Männer kacke, sodass man so das ausschließt, sondern versucht wirklich nur für diese Person die objektiv beste Lösung zu finden. Ich habe ja auch gedacht, schon alle, also, die guten Männer sind, also so Glaubenssätze, ne, so die guten Männer sind alle weg und es gibt keine guten Männer und irgendwie steht man ja auch auf Bad Boys, absoluter Oberbullshit. Warum sollte man seine Zeit mit einem Scheißtypen verbringen, wenn es einen richtig netten gibt? Ja. Und der jetzt ist richtig nett. Finden wir super. Richtig richtiger Good Guy. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt, aber hoffentlich bald. Datum steht doch schon. Datum steht. Das ist ein Heugelchen. Das ist approved. Mit einem früheren Termin. Aber, also, ich glaube, das sind halt so diese Glaubenssätze, die man hat und die müssen nicht wahr sein, weißt du, ich meine? Safe. Also, ich sage, es gibt nur Scheißmänner da draußen. Obvious lot. Obvious lot. Ja, voll. Und man kann ja auch Sachen glauben, also man kann ja auch Sachen früher geglaubt haben und man merkt, es ist schimmiergang. Ja, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich jetzt jemanden kennenlerne, wo es passt, wo soll der herkommen. Und du weißt, wie sehr ich daten hasse. Ja. Und das glaubt er mir nicht, weil er sagt, du hast dich ja gedatet, wie so, wenn du das Kacke findest, es passt ja nicht zusammen. Aber es war ein bisschen geforst auch. Das daten? Ja, also, naja, was heißt geforst? Also, du wolltest dich gezogen. Ich wurde noch zwungen von dir auch, muss ich mir ganz klar so sagen. Ja, von mir gezwungen, auf jeden Fall. Aber du hast dich bestimmt auch selber so ein bisschen gezwungen von wegen, ich muss ja irgendwie versuchen, Leute hinzunehmen. Irgendwas muss man ja machen. Ja, genau. Und, aber, ja, wie gesagt. Aber es ist so spannend, wie knapp ich wieder mal, oder was heißt wieder mal, da fast abgeglitscht wäre. Aber, also, ich kenne das ja auch, wenn mir jemand absagt, ja, dann schau, hier, Match auflösen, goodbye. So, naja, du hast eine Chance und entweder nutzt du sie oder nicht. Und er meinte so, wenn du abgesagt hättest, auf keinen Fall hat er sich dann mit mir gekommen. Ja, ja. Er meinte auch so, ja, mein Bumbe-Profil war okay, aber jetzt nichts Besonderes. Ich fand es eins gut, aber okay, ist okay. Er meinte auch beim ersten Date so, findest du dich sehr aus wie auf meinen Bildern? Und ich so, ja, schon, voll. Und ich? Er so, nein. Wirklich? Ja, er meinte, ich seh nicht so aus. Er meinte, ich bin dann echt viel, viel schöner. Oh. Hä, krass, ich finde das gar nicht so anders aus auf dem Bumbe-Profil. Nee. Auf dem Profil. Naja, wenn er meint. Also, aber genau, wenn ich, also ich hab mit Jackie noch telefoniert vorher und war halt echt so, nee, nee, ich glaub, ich geh nicht hin. Du gehst da jetzt hin. Du hast gesagt, du findest ihn gut. Dickes Dankeschön an dieser Stelle. Dickes DD an Jackie. Weiß sie auch. Also hab ich auch schon gesagt. Ja, wäre sie nicht gewesen, wär ich, glaub ich, nicht hingegangen. Krass, ne? Doch. Wie man, wie man, wie man nicht mal so, so Schicksalsmomente. Und dann hatten wir, ja. Ja, und dann hab ich mich so leiten lassen und ich war bei der Hundeschule und dachte so, so kein Bock, gleich aus dem Tilt. So kein Bock. Hab ich da in der Hundeschule gesehen, war arschkalt, hab gefroren, Peanut hat nur Scheiße gemacht. Und dann war ich so, na egal, wir ziehen das jetzt durch. Und dann war's so schön. Ja, so kann es manchmal laufen. Ja, also Mädels und Jungs, macht. Mein Geistesblitz an dich ist Limmerenz. Oh, es gibt doch immer, immer nennst. Ähnlich. Ich auch nicht, war wieder gelogen. Limmerenz. War gelogen. Limmerenz. Limmerenz. Ja. Hämmer. Ne, okay. Sag nochmal. Limmerenz. L-I-M-E-R-E-N-Z. Macht's nicht besser. Es ist was Lateinisches. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also finde ich jetzt auch schwer. Man kann's auch nicht ableiten. Cool. Ja, dann danke für dein Geistesblitz. Herr Agab hätte ich auch nicht ableiten können. Ja, aber ganz kurz, kannst du dir in Zukunft mal ein blaues Buch holen? Ja, stimmt. Das ist mein YouTube-Buch, weil wir cool in der YouTube-Agentur arbeiten und wir auf YouTube hier vertreten sind natürlich. Aber ich fände es irgendwie von der C.I. her besser, wenn du in Zukunft blau. Ja, guck mal, das ist ja bald alle. Ja, alle allein. Dann komm, voll. Leer oder voll? Wie will man's sehen? Also die Seiten sind dann voll. Und die Lernseiten sind leer. Eigentlich ist es voll. Eigentlich ist das Buch voll. Ja, es ist bald voll. Deswegen brauche ich ein neues. und ich wäre down eins in der C.I. zu, gelb-blau. Tab mit Blitzen. Okay, also, nimm mal Renz. Nimm mal Renz, richtig. Ja, ich habe keinen Plan jetzt. Was soll ich sagen? Was? Das ist der intensive Zustand der Verliebtheit. Und wie lange hält der an? Weiß ich nicht. Also, weil in meiner Recherche habe ich so gelesen, so zwischen drei und sechs Monaten. Ja, ich auch. Zwischen sechs Wochen und sechs Monaten. Ah, sechs Wochen und sechs Monaten, genau. Hä? Und man denkt so, das ist aber auch schade. Ja. Aber hier kommt noch dazu, oft begleitet von obsessiven Gedanken. Okay, inwiefern? Also, es geht so ein bisschen in die Ju-Richtung, dass man wirklich so ein bisschen obsessiv ist. Also, ich will mal sagen, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte erzählen darf, aber Jenny fand mal einen sehr gut, den sie noch nie live gesehen hat. Sagen wir mal so. Hä? Das ist doch nichts Neues. Und, ähm, das ging so leicht in die Richtung Obsession. Wen jetzt? Son. Das war der Typ, den du toll fandest, als wir uns kennengelernt haben. Ja, kannten wir uns schon und dann habe ich ihn kennengelernt? Oder kannte ich ihn schon und dann? Und dann haben wir uns kennengelernt, glaube ich. Echt? So rum? Mhm. Da habe ich ganz nah gearbeitet, ne? Ja, und dann hast du die ganze Zeit rumgeschwärmt und so. Und ich war, was ist das für eine Verrückte, die mich immer gesehen hat. Ich war bereit für ihn ins Ausland zu ziehen. Ja, alles. Und, ähm. Dagegen war Nils Kretschmann noch echt harmlos. Da ging es so ein bisschen leicht in das Obsessive. Ich kann es nicht leugnen. Aber ich war jung. Da war ich noch unter 30. Ja, dann alles egal. Also das zählt nicht. Ne, zählt auch nicht. Da habe ich mich einfach ein bisschen reingesteigert in die Situation. Ja, kann man nicht anders sagen. Das war. Und wir hatten ja auch Kontakt. Und es war ja auch irgendwie spaßig. Genau, es war ein Scherz. Scherz. Es war halt rückblickend. Es ist eine gute Story, bin ich ehrlich. Viele gute Storys. Ja. Viele gute Storys erlebt in den letzten vier Jahren. Es hat jetzt ein Ende. Nein, nein. Also ja, aber es gibt neue gute Storys. Ja, genau. Irgendwas wollte ich noch sagen zu Limmer Renz? Sag mal, was war das? Obsessive Liebe. Ach so. Intensive Liebe. Sechs Monate, sechs Wochen. Ja, genau. Ach, da wollte ich noch drüber reden. Genau. Also. Man sagt, alles unter einem Jahr ist keine Beziehung. Oh. Sondern nur ein Beziehungsversuch. Ah, weil du sagst, okay, die rosa-rote Brille hält so und so lange an und erst danach wird es, kommt es drauf an. Ja. Erst danach hast du Krisen. Weil ich glaube auch fest, dass du so ein paar Monate kannst du mit, na, was ist jetzt fast jedem, aber nicht mit fast jedem, aber mit mehr Leuten zusammen sein. Meinst du echt? Ich glaube, also für mich ist, glaube ich, das erste Date am Ende aller entscheidendsten. Ja, okay. Ja, okay, aber zum Beispiel, wie viele Leute hast du schon gedatet, die du schon irgendwie absolutiv fandest, aber dann gemerkt hast, für eine Beziehung reicht das auch gar gar nicht. Alle? Ja, eben. Also. Ja, eben. Also fast alle. Bis auf den letzten jetzt. Bis auf den letzten jetzt. Liebe Grüße. Ja, also ich glaube, genau, und ich glaube, nach einem, genau, ab einem Jahr ist halt so stabil. Ja, genau. Und ich finde es auch okay, also ich finde es auch okay, jetzt dich jemandem vorzustellen, dich jemandem vorzustellen, das ist richtiges Deutsch, dir jemandem vorzustellen. Mir jemandem vorzustellen, ja. Was auch immer, also zu zeigen hier. Ja. Und ich finde es auch okay, wenn man dann nach zwei Monaten sagt, also, ich will dich jetzt nicht jinxen, ne, auf gar keinen Fall. Ja, aber um Himmels Willen. Aber wenn man sagt, ja, war coole Zeit und jetzt ist es halt nicht mehr aktuell. Das ist auch nicht schlimm. Finde ich auch gar nicht schlimm. Weil Leute so, äh, kennst du denn nicht deinen Freunden, also hat jetzt keiner gesagt, aber es gibt schon so, du kannst doch nicht die Freunde vorstellen, warum nicht? Ja, Handy, das finde ich bescheuert. Ja, auch, finde ich auch bescheuert. Vor allem, du lernst den Menschen, die er ja alles kennen. Ich finde auch, Menschen lernst du halt anders kennen, wenn er in Interaktion noch mit anderen ist. Ja, natürlich, voll wichtig, wie er zu anderen Fremden auch ist. Ja, als wenn man immer nur one and one, one and one. Ne, 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 man braucht auch die Einschätzung von seinen Freunden. Genau, dass die Freunde sagen, nice. Und auch so, wie ist er mit denen und wie ist er mit seinen Freunden oder so. Ja, voll wichtig. Voll wichtig, finde ich auch. Sofort. Kann man doch auch nicht früh genug machen. Ne. Ich weiß gar nicht, wann das bei uns der Fall war. Er war erst mal weg. Aber ich glaube, ich kannte schon seine ersten Freunde, bevor wir zusammen waren. Ah, das ist cool. Oder was ich eigentlich auch cool finde. Ich kannte seine Eltern schon 15 Jahre vor ihm, das sagt alles. Das ist ein weird flex. Das ist ein weird flex. Das finde ich so schön. Auch echt Bilderbuch-Story, ne? Das ist echt lustig eigentlich. Ja. Dass ich seine Eltern auch öfter sehe als er selber. Seine Eltern sind meine Tanzlehrer. Just same. Meine Eltern sind meine Eltern. Ja, also von daher, ich finde, das kann man ruhig machen. Ich auch. Also abgesehen davon, dass ihr ihn auch kennenlernen wollt. Ja, natürlich. Wir sind ja auch gespannt. Ja, alle sind gespannt. Ja, natürlich. Vielleicht kommt er ja mal in den Podcast. Lieben wir. Warum ist Alex eigentlich noch nie hier gewesen? Wir brauchen mal ein gutes Thema, wo er ein bisschen abschnacken kann. Sucht euch eins aus. Okay, ich frage ihn mal. Das wäre doch mal ein geiler Gast, fände ich. Unser geiler Gast, Alex. Alex ist lustig. Das wäre schon cool. Ich frage dich mal. Ja. Ja. Ich muss sagen, hier eine kleine Schleichwerbung. Ja. Ich finde die eigentlich ganz geil. Das sind so Tees, die kann man in kaltes Wasser machen. Von Teekannen. Und dann ist es so Eistee-mäßig. Das darf ich mal probieren. Ich hasse Tee, ja, ne? Ja, dann wird das nichts für dich sein, bin ich ehrlich. Ist okay. Finde ich auch. Ja. Aber da ist kein Zucker drin. Echt nicht? Ist gut. Ja, finde ich gut. So, Jette. Ja. Wir wollen gosten oder blitzen. Meine erste Frage. Ja. Also, das ist so ein bisschen Pro und Kon. Okay. Also, man kann ja sich völlig hingeben in so einer Situation und sagen, lass uns jeden Tag treffen und so. Ja. Weil das Bedürfnis ist ja schon irgendwie da, sich ganz, ganz viel zu sehen. Ja. Und glaubst du, ist es smarter, so die Spannung aufrecht zu erhalten oder ist es smarter, sich hinzugeben und einfach jeden Tag sehen? Also, weißt du, ich meine dieses Extreme oder sozusagen? Also, ich bin eigentlich immer eher Team, sich nicht zu oft sehen. Mhm. Auch einfach, weil ich nicht jeden Tag könnte, faktisch. Also, ich kann vielleicht so dreimal in der Woche maximal. Finde ich schon viel. Finde ich auch viel. Und ich finde, zweimal die Woche, das ist so angependet bei uns, das finde ich eigentlich optimal. Mhm. Aber ich hatte auch eine Bekanntschaft mal gemacht, die du auch kennst. Ah! Heute klatschen wir immer so sehr. Ja, ich bin ja auch dumm. Und diese Bekanntschaft haben wir gemacht, also wir haben uns getroffen, einen Abend, und haben uns dann halt jeden Tag gesehen. Worüber war das? Tinder, glaube ich. Ah. Haben uns jeden Tag gesehen und sind dann auch nach einer Woche direkt an die Ostsee, glaube ich, abgefahren und haben da auch geschlafen und so. Aber dann war es auch nach anderthalb Wochen wieder vorbei und es ist auch total fein gewesen. Also, es war jetzt nicht dramatisch oder so. Ich glaube, das haben wir sogar am ersten Tag, war so, denk, was? Ja, wir hatten gemeinsam. Woher kennst du den? Woher kennst du den? Und es war auch jetzt nicht dramatisch, aber es hat sich so angefühlt, wenn man schon echt lange Zeit miteinander verbracht hätte, weil man sich jeden Tag gesehen hat irgendwie. Und das fand ich aufregend und spannend und ich wollte es ja auch so, aber würde ich nicht nochmal wieder so machen, glaube ich. Meinst du, es hat was verändert oder kaputt gemacht oder so? Ja, natürlich. Ja? Echt? Ja, schon. Also, ich glaube, man hätte sich dadurch halt länger gedatet, aber man wäre zu dem gleichen Entschluss gekommen. Das ist nicht so matched. Perfekt match. So, weißt du? Ja. Okay. Dann hat man ja eigentlich nur das, was man sonst herauszögert, eigentlich ja nur kürzer gehalten. Total, ja. Eigentlich ja dann gar nicht so dumm. Na ja, aber ich weiß auch nicht, ob man das so jeden Tag sich so sehen, das ist auch immer ein bisschen intens. Ja. Also, man will ja auch noch sein eigenes Leben haben und jetzt nicht alles hinten anstellen. Ist auch wichtig. Ist auch mega wichtig so, dass man noch sein eigenes Ding macht. Ja, ja, voll. Na gut. Jenny. Jetzt. Was sind Anzeichen bei dir für, dass du, also, dass du eine rosa-rote Brille auf hast? Oh mein Gott. Also, wir haben schon gemerkt, du redest sehr viel über diese Person. Echt? Natürlich. Aber ist ja normal, oder nicht? Ja, es ist sehr normal. Man möchte halt erzählen. Erzählen. Ihr seid ja auch neugierig. Ist ja auch schön. Größtes Anzeichen, ich habe keinen Hunger. Oh, echt? Ich habe, wie wenn ich Liebeskummer habe. Oder, beziehungsweise, ich kann von Luft und Liebe leben. Wirklich? Ich habe keinen Hunger. Gut, ich habe heute sehr viel gegessen. Ich habe die Käsekuchen gebrüht. Vor allem die ganze Pizza gegessen und zum Frühstück. Aber nee, also so die, das hält mir die ersten zwei, drei Dates an. Das ist schon wieder die Phase schon, da sind wir schon drüber hinaus. Okay, ja. Aber ich habe dann erstmal keinen Hunger. Und dann kam ich mir auch ein bisschen dumm vor, weil wir immer mehr essen gegangen sind. Oh, das hatte ich auch ganz am Anfang. Ja. Wenn man sich ganz, erstes Treffen mit jemandem, ich kriege nichts runter. Ich kann nichts essen. Ich auch. Aber du warst doch die, die jeden Tag essen gehen will mit ihren Dates. Ja, aber ich konnte auch immer nicht so, wenn die mir wichtig waren. Ja. Sonst, scheißegal. Scheißegal. Aber wenn ich die mir gut fand oder so. Dann ist es irgendwie, also noch nicht mal, dass ich mich schäme vor der anderen Person zu essen oder. Überhaupt nicht. Sondern einfach, man hat nicht so Appetit. Ich habe gar keinen, es ist so, ich bin pappsatt. Also ich bin randvoll so. Und an die ersten Dates dachte ich echt so, der muss denken, ich habe einen Minimagen. Also ich kann ja sonst Pferde verdrücken. Nee, das ist das. Wie sagt man? Ich kann einen. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Na, wenn man sagt, ich kann. Einen Krokodil verdrücken? Nee. Tonnen verdrücken? Nee. Berge? Berge versetzen. Also ganz viel essen, wie auch immer. Also ich kann ganz viel essen. Das macht jetzt keinen Sinn. Ich habe ganz wenig gegessen. Und ich kam mir aber so dumm vor, weil ich dachte, ich möchte jetzt auch nicht, dass er denkt, dass ich so eine bin, die so auf ihr Essen achte. Ja, genau. Oder Kalorien zählt oder so. Weil gar nicht. Ich esse halt ja immer gut und viel und das, worauf ich Bock habe. Und dann, ja, das habe ich nämlich auch schon angefangen so zu rechtfertigen. Du, ey, normalerweise esse ich mehr. Da dachte ich, oh Gott, was denkt er denn, warum ich jetzt wenig esse und so. Genau, also ich habe keinen Appetit. Ja. Keinen Hunger. So richtig. Mir wurde gesagt, ich habe kein, also. Danilo, mit dem ich heute Land schon mal meinte, wo ist der Glow? Man hat ja sonst so einen Verliebtheitsglow. Ja. Den hast du nicht? Oder wie? Er meinte, nein. Doch, ich finde, du bist schon happy. Bisschen strahlend. Ja, ich bin happy. Und ich habe die Nacht halt drei Stunden geschlafen. Also wo soll der Glow sein? Wo soll der Glow herkommen? Wo soll der, wo soll der, dann mit dem Auto wie eine Bekloppte in die Innenstadt gefahren, ein Ticket bekommen? Natürlich habe ich keinen Glow gerade. So. Incroyable. Ne. Incroyable. Alles bringt Spaß. Alles ist cool. Alles ist mit so einer Leichtigkeit. Finde ich schön. Ja, würde ich sagen. Das sind so die Dinge. Und man denkt natürlich 24-7 an dich. Er meinte auch so zu mir, oh, ich habe gestern aus dem Nichts dreimal an dich gedacht. Aber das ist süß. Und ich war so, hängt man bei mir zwei Nullen hinten dran und dann ist das, wie oft ich an dich gedacht habe. Weißt du? Ja. Aber auf Augenhöhe. Hauptsache. Hauptsache 3, 200. Das ist ungefähr. Das Gleiche. Pendelt sich ein. Pendelt sich irgendwo bei 150 ein. Gut, meine nächste Frage an dich. Was, also erinnerst du dich daran, was war bei Alex anders als bei den anderen? Oh, ich mochte auch ganz doll, dass er auch so ein bisschen Macher-mäßig war und auch so ein bisschen die Initiative ergriffen hat. Also das erste Mal, dass wir uns gesehen haben, haben wir uns nur gesehen und nicht miteinander gesprochen. Und war das schon so, dass du dachtest? Ja, es war mir im Film. Nein, echt? Nein. Hä? Habe ich so nie erzählt? Doch, aber machst du einen Podcast. Achso. Komm, schieß raus die Story. Ich kenne sie natürlich schon. Okay. Also es war so, wir waren mit dem Tanzen und er war auch da, weil seine Mom da war und er hat mit seiner Schwester bis in so Hip-Hop getanzt auf Joke. Und ich war da und war natürlich, es sieht aus wie eine Tänzerin, weil ich habe getanzt logischerweise mit Haaren hoch, Kleid, hohe Schuhe, alles. Und dann kam er da rein, er hat lange, dunkle Haare, Tattoos, er sieht aus wie ein Badboy, wenn man ihn nicht kennt. Ich habe auch immer gedacht, als ich ihn noch nicht kannte, was will Jette denn mit dem? Wirklich? Ja, weil ich dachte, er sieht aus wie ein Badboy, wie einer, der eigentlich ein Hausticke in den Ohren hat. Und also ein bisschen wie Jacob von Twilight, finde ich ja, nach wie vor. Echt? Ja. Vom Aussehen her? Ja. Gar nicht? Wenn ich ihm das noch erzähle, der wird ausrasten. Vor Freude, oder? Eher nicht. Hä, gar nicht. Er ist sowas von ausgeschäten. Keine langen Haare, kein Bad, hä? Ich rede nicht von dem Vampir, ich rede von dem Werwolf. Ach so, dann, oh, Taylor Lautner. Ja. Ach so, ja, so sieht er ein bisschen aus. Was hast du denn gedacht, den anderen? Wie heißt er? Edward. Edward Patterson. Ach so, ja. Ich dachte so. Nein, hier. Nein, nein. Ich finde, so sieht er aus. Nein, so sieht mein Freund nicht aus. Doch. Ich mache mir gleich in die Hose. Okay, ich sehe einen, dass er lange Haare hat. Schönes Lächeln. Und ein schönes Lächeln, ein bisschen gebräunte Haut. Ja. So weiche Gesichtszüge eher. Auf jeden Fall Bad Boy. Auf jeden Fall Bad Boy, genau. Aber das wollte ich noch kurz zu Ende erzählen. Ja. Und als ich ihn dann kennengelernt habe, an meinem Geburtstag, war das das erste Mal. Oh, ja, stimmt. Ich war Fan von der ersten Sekunde. Er ist so lieb und so lustig. Ich liebe Alex. Süß, finde ich toll. Aber am Anfang dachte ich, knifflig. Knifflig gelangen. Auf jeden Fall, er hat sich dann umgezogen und sein T-Shirt ausgezogen. Und ich so, no. Es war wirklich wie so ein Film. So die blonde Tänzerin und der Bad Boy. Und dann haben wir uns halt nur gesehen und ich fand ihn toll. Und habe danach natürlich auch meinen Girls davon erzählt und so. Und dann haben wir uns auf Tinder gematcht und dann halt geschrieben. Allein, dass ihr euch dann auf Tinder gematcht habt. Ja, crazy, oder? Wie random. Ja, wahrscheinlich, weil wir lokalisiert zusammen waren. Und dann war er halt auch so, ja, wir machen das und das. Ich koche das und das für dich. Und das ist so, also er war auch so ein Macher. Das habe ich vorher auch nicht bekannt. Wie oft mir Männer gesagt haben, oh, ich koche voll gerne. Ich koche für dich. Wie oft wurde ich bekocht? Zwei Mann? Ja. Ja. Und das war total schön. Wir haben auch den Abend auch teilweise natürlich nicht alles. Aber mit seiner WG verbracht, bedeutet auch mit seinem besten Freund. Das war gleich so, man kannte gleich das Umfeld. Ja, Interaktion und so. Genau. Und ich fand das auch voll schön, weil wir haben uns noch nicht geküsst. Oder sowas. Sondern beim ersten, also später, ja. Aber, ähm. Beim ersten Date? Ja. Aber, ähm, vorher waren wir dann, haben wir gespielt mit seiner WG. Und dann, ähm, hat er auch so seine Hand nur so auf mein Bein gelegt. So ganz subtil, so ganz süß. Ganz süß. Und, ähm, das fand ich auch irgendwie schön. Ab wann findest du, darf man sich mehr als küssen? Ähm, ich find, da gibt's keine Regeln. Es muss einfach go with the flow. Aber ich würd's nicht beim ersten, zweiten, dritten Date vielleicht machen. Ähm, naja, das ist meine Story, Jenny. Ich komm zur nächsten Frage, bin ich dran? Ja. Welchen Star würdest du daten? Nils Kretschmer. Ja, aber größer. Wir müssen größer denken. Jake Gyllenhaal. Echt? Ja. Bist du die hottest? Die hotteste Mensch nach meinem Bumble-Date. Und wen in so einem deutschsprachigen Raum? Ähm. Nicht Tommy Schmidt, haben wir festgestellt. Nicht Tommy Schmidt? Oh, warte mal. Eine Zeit lang Laser-Luker? Oh ja, ja, kann ich verstehen. Aber auch nicht mehr? Nee, ist mir auch zu schlank. Zu schlank. Body-Shaming, kein Body-Shaming an dieser Stelle. Aber, ah, ich hab ihn ja schon mal live gesehen in Köln, glaub ich. Er ist schon sehr groß. Mhm. Aber auch sehr heiß. Oh, da hab ich noch jemanden gesehen. Den fand ich dann da so gut. Irgendeinen gab's dann noch. Max. Stimmt, von dem wirst du mir sogar zehn. Den wär ich auch zehn. Also ein YouTuber, ne? Ja, ein YouTuber. Ja, was gibt's sonst noch für Stars? Schauspieler und sowas? Bin ich nicht im Game. Keine Ahnung. Ein Sänger. Na gut. Brauch ich auch alles nicht mehr. Kein Need mehr da. Süß. Vincent, wenn du das hier hörst. Stimmt, Vincent weiß war doch immer dein Ding. Das Ding ist durch. Na gut, okay. Das Ding ist durch. Was ist mit Milano? Nee? Ich bin hängengeblieben auf diesem Lied. Oh ja, dieses. Oh man. Oh mein Gott. Ich hab's gehört jetzt ein paar Mal beim Fitness. Und irgendwie, ich fühlte, ich fühlte sie. Kannst du das Lied vorher nicht? Nein. Von Air Frost? Nein. Es tut mir noch lecker. Ach so, das Original kannte ich ja. Aber das sein. Aber nicht Milanos Version. Falls ihr das TikTok von Milano, Ein anderer Mann, noch nicht gesehen, ich glaube, niemand hat es noch nicht gesehen. Aber, wenn man es gesehen hat. Tom. Man guckt es sich 200 Mal an und denkt sich. Geil. Es ist heiß. Ja. Wie er dann. Ich find's nicht so heiß. Ich find's heiß. Aber. Obwohl er 0,0 mein Type ist. Ja. Null. Also man muss dazu auch sagen, ja. Ich hab das Gefühl. Vincent weiß ist auch nicht mein Type. Ich hab das Gefühl, dieser Milano, ist er irgendwie aus Belgien oder sowas? Er ist ein bisschen so ein Französischer drin. Echt? Keine Ahnung. Frag ihn doch. Vielleicht kommt er aus Milan. Also aus Milano. Ja. Milano. Vielleicht hast du deswegen so. Vielleicht wurde er dort gezeugt. Das kann auch sein. Ne. Keine Ahnung. Es ist auch egal. Hast du jemanden? Den ich so richtig hot finde? Außer Felix Lobrecht? Oder Contra K? Das war eine Phase. Contra K. Echt? Ist es vorbei? Felix Lobrecht ist auch phasenmäßig. Phase? Contra K finde ich mir so geil. Die Phase, dass du ein Foto von ihm am Schreibtisch schattest? Von Contra K? Ne. Felix Lobrecht. Von Felix Lobrecht. Das ist Jahre her. Zwei, drei. Viele Jahrzehnte her. Ja, die sind echt schon lange hier. Es gibt bestimmt einige, die ich hübsch finde. Ich finde zum Beispiel Emilio Sacraia hübsch. Ich glaube, den hattest du schon mal gedroppt. Es ist faktisch ein hübscher Mann, ohne dass ich jetzt... Und hier Taylor Lautner. Und Taylor Lautner natürlich. Es ist faktisch einfach ein schöner Mann. Sag nochmal, Emilio? Emilio Sacraia. Aha, ja. Finde ich faktisch ein hübscher Mann. Hübscher Mann. Hübscher Mann. Ist der deutsch? Ja, ja. Was macht der? Hä, Emilio. Musik. Ach, das ist Emilio. Ja. Hübsch. Wollen wir aufs Konzert? Ja. Ist das der, wo wir gesagt haben, das ist im April? Ja. Okay. Also, eigentlich ist es eine sehr, sehr gute Überleitung zum Blitzig-Gewitter. Aber wir haben noch zwei großen Blitzenfragen. Ich weiß, aber ich ziehe das schon mal kurz vor. Okay. Und zwar, es gibt bald einen Film, der rauskommt. Ja. Und zwar heißt er Anyone but you und in Deutsch, wo die Lüge hinfällt. Die Lüge? Ja. Uh. Und dieser Film ist super kontrovers, weil da spielen zwei absolut hotte Schauspieler mit. Also einmal Glenn Powell. Jette und Jenny. Glenn Powell ist ein hübscher Mann. Ja. Und Sidney Sweeney ist eine wunderhübsche Frau mit einem riesen Brusten. Glenn was? Glenn Powell. Nee, so wie Power. Also so wie Povel. But Povel. Powell. Nee. Not my type. Nee, auch nicht mein type, aber es ist schon ein hübscher Mann. Nö, finde ich nicht. Die Augen sind zu nah beieinander. Und Sidney Sweeney? Hübsche Frau, riesengroße Brust. Und als sie zusammen gedreht haben. Boah, die hat ja richtig große Brüste. Ein bisschen so Leni Klom, ne? Ja, genau. Die hat ja auch so Klom. Wie kann man so riesen Brüste haben? Und er war in einer Beziehung, als sie angefangen haben zu drehen. Ah, der Klassiker. Und sie war verlobt. Und er ist jetzt single mit ihrer Verlobung, weiß man nicht so genau. Und es gibt Videos, auch auf ihrem Instagram, wo die so richtig innig sind. Und man denkt sich so, also ich als Verlobte hätte das nicht so gerne gesehen. Kurze Frage, wie kommst du da jetzt hin, so eine Überleitung? Ja, und zwar ist es so eine Conspiracy Theory, dass jetzt ganz viele Paare diesen Film gucken, aber die Frauen eigentlich nur hingehen wegen ihm und die Männer nur hingehen wegen ihr. Also die hat ja gemeingroße Brüste. Schöne Frau auch. Schön, schön. Ich würde auch wegen der Frauen gehen. Ja. Aber, habe ich jetzt trotzdem noch nicht verstanden, was hast du mit Emilia zu tun? Ja, wen würdest du daten? Ach so, ah. Das Ding ist halt, das ist doch öfter schon passiert. Also auch ja mit Lady Gaga und wie ist der andere? Ah, Bradley Cooper. Ja, das ist doch oft so. Oder auch bei Twilight oder bei, keine Ahnung, überall verlieben die sich dann ineinander. Weil wenn du Dreharbeiten hast und so lange, so intensive Zeit. Ja. Ja, Zeit mit einem von Brings May Be. Und dann ist so eine, wie kann man denn so eine Verlobung und Beziehung? Tschüss. Ja, passiert. Passiert, passiert etwas. Gut, ich kann jetzt ja nochmal meine Ghosten- oder Blitzenfragen machen jetzt an dich. Oder hast, ja, ich ver... Ähm, was sagst du zu der These, wer frisch verliebt ist, trifft sich seltener mit Freunden und lässt auch andere Verpflichtungen schleifen? Also, ich würde sagen, man macht auf jeden Fall alles möglich, damit man diese Person sieht. Und wenn es halt nicht anders geht, würde man es eher machen. Ja. Weil diese Person irgendwie in dem Kopf dann so prima hat im Moment. Und findest du das gut? Ich finde das bis zu einem bestimmten Rahmen gut. Also, ich bin immer ein Fan davon, dass wenn man sich sehen möchte, man schon einen Weg findet. Also, dass man auch Fernbedienung etc. pp. ist nicht ideal, aber dass man schon irgendwie einen Weg finden würde. Wenn man die andere Person wirklich sehen möchte, dann schafft man es irgendwie. Ich wüsste nicht, wie ich das machen würde, wenn er jetzt irgendwie in Köln wohnen würde. Also, safe ist super schwierig, aber trotzdem muss man nicht jeden Tag zusammen sein. Also, man sollte trotzdem noch sein eigenes Leben und alles haben und auch seine eigenen Freunde, seine eigenen Hobbys. So, damit sollte man nicht aufhören. Nee, um Gottes Willen. Oder alles. Aber ich bin schon dafür, dass man einen Effort macht, die andere Person zu sehen. Carina. Oh, das ist Carina. Das ist Carina. Für alle, die jetzt ein YouTube-Video geguckt haben, haben wir jetzt unsere süße Carina-Maus gesehen. Die ist auch bei der Arbeit, lol. Arme Maus. Ja, also, ich finde es aber auch okay, so bis zu einem gewissen, also, nein, anders gesagt. Ich glaube, ich habe in meinen Beziehungen auch oft meine Freunde vernachlässigt und da muss man halt aufpassen, dass man das nicht macht. Dass man in der Beziehung weiterhin auch für seine Freunde da ist und Sachen unternimmt und so. Ja. Das ist ein schmaler Grad. Das ist important. Das ist ja ein super schmaler Grad. Weil wenn dann nachher die Beziehung wieder in die Brüche geht, das heißt wieder, aber gehen sollte, und du deine Freunde vernachlässigt hast, das ist whack. Und du willst ja, das Schwierige ist ja auch, du willst ja möglichst viel Zeit mit deinem Partner verbringen. Ist eine Zwickmühle. Ist eine Zwickmühle. Was? Wie komme ich daraus? Wie kommt man daraus? Man muss sich halt manchmal dann, zwingen ist auch zu viel gesagt, aber man muss halt manchmal sagen, ich bin immer noch. Man muss sich zwingen mit seinen Freunden, deine Zeit zu verbringen. Man muss sich einfach vor Augen führen, ich bin immer noch eine eigene Person. Individuum. Ich bin ein Individuum. Und jetzt alle. Ich bin ein Individuum. Jenny, du hast es ein bisschen am Anfang schon verraten. Findest du, die rosa-rote Brille ist notwendig und ein Muss? Damit es irgendwie schön ist. Ja, ich finde schon. Also ich finde, ohne diese rosa-rote Brille, finde ich es irgendwie dumm, dann fehlt da voll was. Finde ich auch. Also man muss auch ganz ehrlich sagen jetzt, ich weiß nicht, ist es bei euch bestimmt auch so gewesen, wenn man uns zuhören würde. Oh, ganz schwierige Sache. Es ist ja nur ekelhaft. Ganz eklig. Ekelhaft findet überall statt. Also so kenne ich mich halt auch gar nicht. Ich kenne mich auch nicht so, dass ich denke, heute ist Dienstag. Ich wollte dich gerne jetzt wiedersehen oder spätestens morgen oder Donnerstag. Sonst war für mich immer so, alle zwei Wochen kann ich da ein bestimmtes Zeitfenster von zwei Stündchen einräumen. So habe ich vorher gedatet und war so, passt doch, ist doch gut, kriegt man irgendwie. Man kriegt das alles schon hin. Und das ist so, dieser Need, man will ihn unbedingt sehen und was man für scheiße redet. Du bist so toll, nein, du bist so toll, nein, du bist so toll. Das wäre so unangenehm, wenn man unsere Konversation manchmal... Ist das bei euch immer noch so? Ja. Schön. Das finde ich schön. Also ich habe gestern auch, wir haben uns echt angeguckt, gedacht, das eigentlich müsste man das echt mal... Also haben wir nicht gesagt, aber ich denke mir jetzt gerade mal, eigentlich müsste man das aufnehmen, damit man das so ein paar Jahre sich anhören kann und denkt, boah, wir fanden uns echt ganz schön gut. Doch, und ich glaube, das muss man, das ist auch wichtig, dass man sich das aufrechterhält und immer so den anderen Wert hat, so ein Fan von dem anderen ist und irgendwie zeigt, wie toll man den anderen findet. Ja, und dann nicht gar nicht erst in so eine Negativspirale reinkommt und sagt so... Ja. Ich glaube auch. Und ich glaube, es ist wichtig und für mich auch, wie gesagt, ein großes Learning jetzt aus den letzten vier Jahren, wenn dieses Gefühl nicht da ist, so dieses, ich will ihn unbedingt wiedersehen, was ich eben meinte und dieses, ey, so toll, das ist so toll, he's not the one, if you know, you know. Wirklich, es ist wirklich so. Und ich wollte es selber gar nicht glauben und habe auch so oft irgendwelche Dates gehabt gedacht, vielleicht entwickelt sich das noch. Ja. Das kommt noch. Aber es kann auch kommen, es gibt auch diesen Weg. Aber ich bin auch eher Team... Team-Impero-Impero. Kann sein, aber ich hatte den Anspruch an mich oder an... Ja, ich hatte schon den Anspruch, ich möchte, dass das so knallt. Ja. Jetzt hat's geknallt. Es hat nicht. Sowas von. Aber das Ding ist, wobei nach dem ersten Date war es jetzt nicht so, dass ich so krass, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sondern es war richtig schön und es war aber alles so sicher schon. Weißt du, ich habe mich nie, und das ist so schön, nie unsicher gefühlt, zu keiner Sekunde und gedacht, Zweifel und so. Boah, Leute, ich hoffe so sehr, dass in zwei Wochen hier nicht die Folge kommt, was macht man mit einem gebrochenen Herzen? Ja, jetzt sehen wir deinen Blitzdurchgewitter. Ja, also ich habe mehrere Sachen mitgebracht. Oha. Jette war ganz erschrocken, als ich ihr gesagt habe, dass Emma neben mir Tennis spielt von Temptation Island. Ja, von Temptation Island. Ist so. Kommt aus meiner Town. Und vielleicht ziehe ich dann um und auch bald da mal. Finde ich super. Ich finde es auch super. Ich mache dann Pics, wenn ich die so bei Rebe so... Nee, nicht geheim. Hi. Und die waren ja schon kurz noch... Kennst du deinen Namen? Ich glaube nicht. Achso. Also, ich dachte, wenn die irgendwas mal zusammen gespielt haben... Nee, nee, sie spielt nur auf dem Platz nebenan. Die waren kurz getrennt, wusstest du schon. Ja. Und die Krise hat ihnen gut getan. Ja, weil sie sich gemerkt haben, ich mag die andere doch und ich will es doch. Ja, okay. Wusstest du schon. Ich bin auch okay. Hast du... Und dass Mimi und Yannick sich getrennt haben? Klar, hä? Ja, Jette, aber das... Hast du also schon das Wiedersehen gesehen? Das lief schon vor zehn Wochen. Echt? Ja. Oh. Ich habe gerade erst geguckt. Oh, scheiße. Jenny, ähm, um Jennys Trash-TV-Konsum zu visualisieren. Jenny ist immer noch bei der Bachelorette. Aber. Und das ist mein nächstes Thema. Heute. Ja, ich freue mich. Es ist die erste Folge für die Bachelors. Und ich werde die Bachelorette an dieser Stelle zur Seite legen. Und heute, die alle anderen... Die sind ja auch nicht mehr zusammen. Habe ich jetzt auch schon gehört. Ich weiß noch nicht, wer gewonnen hat. Bitte sag es nicht. Ich gucke es vielleicht doch noch. Weiß noch nicht, wer gewonnen hat? Sag es nicht. Sag es bitte nicht. Ich gucke es noch zu Ende. Okay. Aber ich werde heute in time, wie alle anderen Menschen da draußen, die Bachelors gucken. Ich werde es erst morgen gucken können, aber ja. Da bin ich dir. Dann leider schon wieder mal was voraus. Das ist krass. Und was ich auch, was auch irgendwie schon wieder an mir vorbeigegangen ist, was ihr aber jetzt doch mitbekommen habt, Jungle Camp geht los. Klar, nächsten Freitag. Wem sagst du das? Ich bin hype. Ich bin auch hype. Jetzt geht endlich mal wieder ein bisschen was los. Also es gibt jetzt Jungle Camp. Bachelor. Bachelor. Dann kommt auch irgendwann GNTM. Dann kommt irgendwann Let's Dance. Hm. Musst du mal gucken, Jenny. Nee, let's dance. Let's play Tennis, würde ich gucken. Bisschen in meine Welt eintauchen. Ja, okay. Jenny, sag mir deinen Witz zuerst, weil ich würde sagen, ich habe ein schönes Schlusswort. Okay, aber du tust so, als wüssten die Leute schon, was hier passiert. Wir haben natürlich wieder gebrainstormt. Wir haben wieder was Neues. Eine neue Kategorie für euch. Also das heißt Kategorie. Wir möchten am Ende, wir möchten, dass ihr hier mit einem Lachen rausgeht. Mit guter Laune. Mit guter Laune, mit einem kleinen lockeren Spruch. Ja. Und weil wir so gerne mit Wortwitzen arbeiten, haben wir jetzt den Geisteswitz der Woche. Das ist so dumm. Das ist so dumm, dass es so gut passt. Und da ist es ja immer nur, da wir alle zwei Wochen im Moment noch kommen, gibt es zwei Geisteswitze der Woche, damit ihr jede Woche einen Geisteswitz erzählen könnt. Okay, also mein Geisteswitz, kurz und knackig, also du musst dir ein Szenario vorstellen bei einem Date. Okay. Wenn ich die Namen von Liebespaaren im Bäumgeritt sehe, denke ich, wow, erstaunlich, wie viele Leute ein Messer mit zum ersten Date bringen. Lol, aber halt eigentlich true, oder? Also warum hat man ein Messer dabei? Also jetzt, fandest du das witzig? Nee, ist nicht so witzig. So ein bisschen mehr so, es ist so ein bisschen, wie heißt diese Plattform? Jodel. Jodel. Ist ein Jodel. Ist ein Jodel. Ist eher ein Jodel der Woche, scheiße. Ich habe mehr so ein, auch Jodel und Spruch, einfach ein bisschen, viel mehr Empowerment habe ich mitgebracht. Okay. Und zwar, Frauen, seid lieber schön als klug, denn Männer können besser sehen als denken. Das ist mein Schlusswort zu dieser Woche. Und wir sagen, haben wir noch irgendwas zu sagen? E-Mails braucht ihr nicht mehr schreiben. Folgt uns auf Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Thread. Folgt uns bei Threads? Wir posten komische Sachen. Folgt uns vielleicht auch noch nicht. Und gebt uns eine Acht-Sterne-Bewertung auf Spotify. Mindestens. Jetzt. Du gehst jetzt ins Kino. Ich fahre jetzt die Bachelor's gucken. Ich lieb's. Ich lieb's auch. Und wir sagen, blitz dann! K-K-K-K-K-K-K-K.